Willkommen zu Reddit 5050 Und ich hab so wenig Bock drauf, aber irgendwie wollte ich das machen Digga Nee Okay, als Erste Ich hab keine Ahnung, irgendwas Schlimmes Was ist das? Äh Alter Oh mein Gott Das werde ich Ab diesem Zeitpunkt Jedenfalls zensieren Ein schönes Baby Im roten T-Shirt, oder? Oder irgendwas, wo ein Knochen rausguckt Oh, nee, Digga Nein Oh Alter Ich wollte das machen, weil ich Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt Und er hätte so viel Glück, Junge Was hab ich hier? Irgendwas mit Conn Keine Ahnung, was das ist Oder irgendwas mit Bacon Mit Käse Oh Ja, das sieht lecker aus Ja, sieht lecker aus Vielen Dank.